Finden, das Team prüft die Beschwerden und entscheidet danach, welche weiteren Schritte unternommen werden. Duisack reagierte in seiner letzten Arbeitsstunde auf einen Alarm, der den Präsidenten-Account betraf. Danach ging er ohne zu merken, was er angerichtet hatte, nach Hause. Laut Duisack erfuhr er nicht durch Twitter von dem Vorfall, sondern aus der Presse. Außerdem habe ihn eine Frau, die er nicht namentlich nennen will, informiert, dass sein Name bei Twitter gefallen sei, erzählt er weiter. Politisch hege er keinerlei Rache gegen Trump, vielmehr bewundere er dessen Erfolg, fügt der sportliche Mann hinzu. Duisack trägt einen Kadigan mit dem Muster der amerikanischen Flagge in schwarz-grau, angeblich keine Botschaft, sondern ein Zufall, wie er Tech-Consch sagt. Trump ist ein sehr erfolgreicher Mensch und ich bewundere seine harte Arbeit und wie er es geschafft hat, die höchste Position zu erreichen, sagt Duisack auch CNN Tech. Aber ich denke, er muss noch ein bisschen als Politiker lernen. Twitter hat sich in der ganzen Zeit nicht weiter zu dem ehemaligen Mitarbeiter geäußert. Dass Duisack der Verursacher der Panne war, gilt dennoch als weitestgehend gesichert. Ein Insider hat Medien zufolge bestätigt, dass er als eben jener Mitarbeiter identifiziert wurde. Es wartet Arbeit irgendwie kann Duisack das Ganze immer noch nicht verstehen. Der 2. November sei einfach einer jener Tage gewesen, sagt der immer zu lächelnde Mann. Sein Leben sei wild und ermüde gewesen. Eigentlich wäre sein Vertrag erst Anfang 2018 ausgelaufen. Aber er hätte mit Pro Unlimited und Twitter verabredet, den 2. November zu seinem letzten Arbeitstag zu machen. Er wolle Zeit mit seiner Familie in Deutschland verbringen, sagt er. Dass so etwas am letzten Arbeitstag passiert, sei sehr unwahrscheinlich gewesen. Aber manchmal passieren diese Dinge. Mehr zum Thema Duisack will nach einer kurzen Pause im Bankgeschäft arbeiten. Ich bin kein Betrüger. Ich habe für so viele Unternehmen gearbeitet. Jeder wird zustimmen, dass ich zuverlässig und vertrauenswürdig bin, sagt der CNN Tech. Vermutlich wird jetzt Ruhe in sein Leben einkehren. Für Twitter ist der Fall dagegen noch nicht ausgestanden. Denn das Lärmlegen von Trumps Account wirft vor allem die Frage auf, wie viel Zugang Mitarbeiter und Vertragsarbeiter zu Kontodaten haben sollten. Quelle in tv.de Themen Ich bin kein Betrüger. Ich bin kein Betrüger. Ich bin kein Betrüger. Ich bin kein Betrüger.